Mit 50 Euro um die Welt, wie ich mit wenig in der Tasche loszog und als reicher Mensch zurückkam. Von Christopher Schacht. Es liest Philipp Schettmann. Für meine Mutter, die in den vier Jahren fast umgekommen ist, versorgen. Mama, hör am besten hier schon aufzuhören. Es ist eine gefährliche Sache, Frodo, aus deiner Tür hinauszugehen. Du betrittst die Straße und wenn du nicht auf deine Füße aufpasst, kann man nicht wissen, wohin sie dich tragen. J.R.R. Tolkien, der Herr der Ringe, die Gefährten. Noch kurz vorab. Natürlich habe ich in über vier Jahren Weltreise viel, viel mehr erlebt, als zwischen diese beiden Buchdeckel passen würde. Aber dennoch möchte ich Einblicke in die spannendsten, traumhaftesten, witzigsten und skurrilsten Momente ermöglichen. Wer weiß, vielleicht macht das dem einen oder anderen ja Appetit auf mehr. Als grober Überblick. Jede Menge Abenteuer. Und jetzt geht's los. Es geht los. Mit einem breiten Grinsen blinzelte ich in die Sonne. Auf diesen Moment hatte ich die letzten anderthalb Jahre gewartet. Hinter mir lagen ein stressiges Jahr voller Abi-Klausuren, weit über 200 Stunden Arbeit für einen Programmierwettbewerb, einen Nebenjob in Hamburg und ein bisher immer schon drei Wochen im Voraus völlig überfüllter Terminplaner, den ich nun abgehakt hatte. Vor mir lag Freiheit. Ich schulterte meinen Rucksack, hüpfte die Treppenstufen hinunter auf den Gehweg und lief einen guten Kilometer von unserem winzigen Dorf zur Bushaltestelle an der Bundesstraße. Im Gehen winkte ich einigen älteren Nachbarn, die diesen herrlichen Montagvormittag zur Gartenarbeit nutzten und ließ die vergangenen Tage noch einmal Revue passieren. Am Wochenende hatten wir den 90. Geburtstag meines Großvaters gefeiert, bei dem ich mich von meinen Verwandten verabschiedet hatte. Ob für Monate oder Jahre, ich war froh, es nicht zu wissen. Meiner jüngeren Schwester und meiner Mutter waren die Tränen gekommen, während mein Vater und mein Zwillingsbruder das Ganze etwas gelassener sahen. Und dann war meine Familie nach Dänemark in den Sommerurlaub gefahren. Seit zehn Jahren das erste Mal ohne mich. Du bist echt verrückt, hatte mir ein Freund kopfschüttelnd vorgehalten und hinzugefügt, ich habe keine Ahnung, wie du das mit so wenig Geld überhaupt machen willst. Das bedeutete, ich wollte versuchen, die Welt zu umrunden. Und zwar mit nur 50 Euro in der Tasche und ohne konkreten Plan. Beziehungsweise war der Plan, keinen Plan zu haben. Einfach losgehen und schauen, wo das Leben mich hintrieb. Dort, wo es mir gefiel, so lange bleiben, wie ich wollte und weiterziehen, wenn mir danach war. Ohne Termine, ohne festgelegtes Ziel. Das totale Kontrastprogramm zu meinem bisherigen Leben. Freiheit eben. Wolltest du nicht eigentlich studieren? Und wo wirst du schlafen? Wer wäscht deine Wäsche? Manche Fragen bewiesen echt Humor, als ob mein Leben von einer Waschmaschine abhängen würde. Natürlich hatte ich ein paar Vorkehrungen getroffen. Ich hatte mich informiert, was andere Backpacker so mitnehmen. Dazu gibt es ja genug Blogs und Vlogs. Ich hatte mir ein vernünftiges Zelt besorgt, einige Impfungen vornehmen lassen und einen Reisepass beantragt. Und ich hatte angefangen, meine Eltern schonend an den Gedanken zu gewöhnen, was ich vorhatte. Vor allem aber hatte ich mich darauf vorbereitet, nicht vorbereitet zu sein. Viele Probleme können unvorhersehbar und unerwartet auftauchen. Meine Vorbereitung bestand daher vor allem darin, mir alle Möglichkeiten offen zu halten. Zum Beispiel macht ein Zelt unabhängiger von organisierten Schlafplätzen. Eine Karte informiert über alternative Verkehrsrouten. Die jeweilige Landessprache zumindest ansatzweise zu lernen und Übersetzer-Apps zu verwenden, macht die Kommunikation leichter. Medikamente, Impfungen und richtige Ernährung können Krankheiten in Grenzen halten. Wenn man viel Zeit, gute Kontakte oder sehr niedrige Ansprüche im Hinblick auf Komfort hat, eröffnen sich oft ungeahnte Möglichkeiten. Und wenn es mal Probleme gibt, findet man meist schneller eine Lösung, wenn man weiß, was man will und eine positive Einstellung hat. Der Bus schwenkte über auf den Haltestreifen und kam mit einem kurzen Quietschen zum Stehen. Die Insassen beäugten mich verwundert, als ich meinen prallgefüllten Rucksack hineinhiefte. Im nächstgrößeren Ort angekommen, ging ich zu Fuß zu einer mäßig frequentierten Auffahrt der A1 in einem Gewerbegebiet, die ich mir über Google Maps ausgesucht hatte. Meinen rechten Arm seitlich ausgestreckt, den Daumen in die Höhe haltend, und ein, wie ich fand, überzeugendes Lächeln im Gesicht, wartete ich nun auf ein Auto, das auf das Pappschild in meiner linken Hand reagieren würde. Mit schwarzem Edding geschrieben stand darauf, A1 Richtung Bremen, darunter ein gemalter Smiley. Die erste halbe Stunde verging, und die Autos fuhren an mir vorbei, ohne dass mich deren Insassen beachteten. Ich wartete weiter. Immer noch nichts. Geduld. Nichts. Mein Lächeln war mittlerweile etwas verkrampft, meine Arme wurden müde, und statt des Geruchs von Freiheit wehten mir Abgase ins Gesicht. Die Sonne, die am Morgen noch so freundlich gewirkt hatte, brannte in erbarmungsloser Mittagshitze auf mich herunter. Weit und breit kein Schatten. Eine leise Stimme in mir regte sich und kämpfte mehr und mehr um Beachtung. Die Zeiten des Trämpens sind vorbei, das macht heutzutage keiner mehr. Dich nimmt niemand mit. Noch heute Abend kehrst du um, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist. Warum probierst du es nicht etwas weiter unten beim Burger King? Die leise Stimme in meinem Kopf war von der realen eines Passanten unterbrochen worden. Ja, danke, stammelte ich und musste dann über mich selbst lachen. Ich war zu einer Weltreise aufgebrochen und alles, was es brauchte, um erste Zweifel in mir zu säen, waren anderthalb Stunden Warten an einer Autobahnauffahrt. Mit dem Lachen verflogen die negativen Gedanken und frisch motiviert schulterte ich meinen Rucksack, um dem Rat des Fremden zu folgen. Und tatsächlich, wenige Minuten später saß ich neben zwei Kindern im Grundschulalter auf der Rückbank eines dunkelblauen Opel Corsa. So rollten wir nun über den Asphalt und hinter der Fensterscheibe verformte sich das grüne Gestrüpp zu verschwommenen Streifen. Erste Etappe. Europa, Atlantik, karibische Inseln. Geld verzockt, Pleite, Pleiter, aber weiter, mehr Glück als Vernunft, leinenlos, per Anhalter über den Atlantik. 1. Juli 2013 bis März 2014. Bei Osnabrück sammelte mich ein schwedisches Paar ein. Auch wenn es für mich neu war, per Anhalter zu fahren, fühlte es sich nicht einmal seltsam an. Ganz im Gegenteil. Meist herrscht beim Trampen eine offene und herzliche Stimmung im Auto. Es nehmen einen schließlich nur Leute mit, die jemanden mitnehmen wollen. Aufgedrängt habe ich mich nie. Und obwohl man die Menschen noch nie vorher getroffen hat und es wohl auch nicht mehr tun wird, liegt kein Gefühl der Fremdheit in den Gesprächen, wie man es vielleicht vermuten würde. Aus den anfänglichen Fragen wie »Und woher kommst du?« und »Wo willst du hin?« entwickeln sich oft, je nach Länge der Fahrt, sehr lustige, aber auch tiefgehende Gespräche. Trampen war für mich eine Möglichkeit, Einblicke in das Leben anderer Menschen zu erhalten, die ich sonst aufgrund meines Alters, anderer Interessen oder meines doch beschränkten sozialen Umfelds wohl nie kennengelernt hätte. Und auf den Autobahnen trifft man wirklich alles. Ärzte, Bauarbeiter, Hausfrauen, Krokodilfarmbesitzer, ehemalige Gefängnisinsassen und sogar Mafiamitglieder. Fast als schaltet man den Fernseher an und seppt wahllos durch alle Programme, lässt dabei eine Serie für zehn Minuten laufen und seppt dann wieder weiter. Ein kurzer Ausschnitt einer Geschichte, die man erfasst, aber man weiß nicht, was vorher war oder was hinterher passieren wird. Das Spannende daran ist, man lernt ständig das Leben.